So Leute, ich habe jetzt gesehen, dass man da noch das andere Seil da abfackeln musste. Ähm, ähm, ich habe ja keine Ahnung. Das ist total, total ist schwer. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hm? Was? Ich bin der Karte, ich bin der Karte. Ich riss jetzt hier nur mal kurz. Könnt jetzt sein, dass das der Schlüsselschlösung war. Ich hab echt keinen Plan! Was ist denn das für ein Scheißrätsel? Das ist bestimmt voll simpel! Wir machen ein anderes! Das ist doch der größte Scheiß aller Zeiten hier! Ah! Ah! Fuck! Mikro! Ah! Das ist doch... Wollt ihr mich verarschen?! Das Prinzip kennt ihr! Einfach den Stein da reinrollen! Wie? Ist mir scheißegal! Ich weiß es nicht! Diesen Schrein mach ich privat für mich! Dann kann ich mehr überlegen! Sorry, aber... DAT ist ein Schrein, wo ich sage NEIN! Das ist doch ein Schrein! Das ist doch ein Schrein! Genau! Machen wir den! Boah! Diese Schreine werden auch immer irgendwie bescheuert da! Manchmal! Hinterher fehlte da noch was oder so! Ich schreien nur mit Sinn und Verstand! Nee, also solche Rätsel... Ich weiß nicht! Ich mag ja anspruchsvolle Rätsel, aber das... Ich weiß noch nicht mal was das... was das... was das... NEIN! Wenn ich nur einen Stein sehe, der hochjumpt! Und einen Schalter, worauf ich stehe und nichts passiert! Nein! Kann doch irgendwas nicht stimmen! So... Elektrizität... Okay, das war einfach... Genau! Mehrere Wegeziräume! DAS ist etwas, was ich hier noch sagen könnte! Und dann kann ich die... Genau! Das sind... Hier hin... Hier hin... In肉... Ja! Ich halte dich ab. Ich komme hier nicht mehr raus! Ah! Was bist du denn? DAS ist einer... Das war's. Ich brauchte mal wieder Pfeile. Ich find's gut, dass ich eine Pfeile in den Hufa brauche. Das ist eine Pfeile. Eine Pfeile in den Gattenhufa. Sie können nicht verletzen. Sie können nicht mehr verschwenden. Sie werden nicht gefährlich. Sie können nicht mehr fahrt. Sie werden nicht mehr fahrt. Sie sollen nicht mehr fahrt. Was ist die nächste? Was ist das? 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Warum lese ich das? Ich habe aber immer noch keine Kiste gefunden, Nina. Was ist denn das für eine scheiße Kiste? Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Was ist denn das für heute? Ja, das war's für heute. 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 Hoffentlich ist er gut. Schreien. Hoffe ich eigentlich immer. Manchmal ist er ja gut, aber... Die letzten paar, ich weiß nicht... ...sind so schnell abgefrühstückt. Der Kumpel... Ja, mein Name ist Jim. Na, der soll's gut geprüft werden. Ja, dann zeig ich mal. Ruhe. 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 Doch wieder ein fucking Schluss, oder? Nee, doch nicht. Wie soll ich den bewegen? Er ist Haft. Leute... Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich sag' hinten nicht mal. Für die anderen auch zu lösen. Ahhhhhhh Ich komm jetzt mal hier Kann das Fließband Da fließt man es nicht mal schneller, blöd, ne? Na komm du will, wollen wir schneller Ich habe noch keine Kiste gesehen Ich tauch gleich Pfeiler ein Ich habe noch keine Kiste gesehen Ich habe noch keine Kiste gesehen Ich habe noch keine Kiste gesehen Nicht dein Ernst Ich habe noch keine Kiste gesehen 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 Wo ist die Kugel? 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 So. Immer noch nicht. Wer ist das? Ist das Schreit? Doch, der Schreit schon. Könnte ich sein. Oh, Wildpferde. Was anderes funktioniert leider nicht. Ich wollte meinen Bären haben. Wieso Schreit haben wir auch noch? Damit hätten wir dann zwölf Schreine fertig.